Makro-Mikro Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Mehrere Tonnen schwer, graue Haut, Segelohren und ein langer Rüssel. Jeder kennt sie, die majestätischen Elefanten. Doch wie kommunizieren sie miteinander? Wer hat in der Herde das Sagen und vor welchem Tier haben Elefanten Angst? Ein kleiner Tipp, es ist nicht die Maus. Wir haben die Expertin Dr. Angela Stöger zu ihrem neuen Buch Elefanten, ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander befragt. Herzlich willkommen! Wir sprechen heute über Elefanten, aber bevor wir in das Thema eintauchen, können Sie sich bitte kurz vorstellen. Mein Name ist Angela Stöger, ich bin Zoologin, arbeite an der Akademie der Wissenschaften mit zwei Forschungsprojekten bald und einer ist im Moment mit Geparden vom FWF und das andere wird sich dann wieder um Elefanten drehen mit dem WWTF. Das erste Kapitel in Ihrem Buch heißt Wie ich zu den Elefanten kam. Deshalb auch gleich meine erste Frage. Wie sind Sie zu den Elefanten gekommen? Ja, ich bin eigentlich mehr durch Zufall zu den Elefanten gekommen und selbst früher als Kind, obwohl mich Tiere sehr interessiert haben und ich sehr gerne im Zoo war, die Elefanten haben mich nie wirklich fasziniert. Das kann verschiedene Gründe haben, weil sie einfach groß waren, langsam waren oder auch die damalige Haltung nicht sehr attraktiv war. Aber für die Biakustik habe ich mich interessiert, das heißt, ich habe mich ja schon im Studium damit beschäftigt, wie kommunizieren Tiere akustisch und das war so mein Hauptinteresse. Und dann war eine Forschungsarbeit ausgeschrieben, eine Diplomarbeit damals, wie es geheißen hat, Masterarbeit heute, zum Thema Kommunikation bei Elefanten im Tiergarten Schönbrunn. Und da ich meine Arbeit abschließen oder mein Studium abschließen wollte, habe ich beschlossen, diese Arbeit zu übernehmen. Und wie es in der Forschung so ist, wenn man sich etwas mit was beschäftigt, wenn man wirklich eintaucht in die Materie, dann merkt man erst, wie faszinierend das ist und das ist bei mir bei den Elefanten auch passiert. Wie war das, als Sie zum ersten Mal einen Elefanten in freier Wildbahn gesehen haben? Das war faszinierend und aufregend und ein bisschen Respekt einflößend zugleich. Ich war im Krüger Nationalpark und bin rumgefahren und den ganzen Tag schon, es war glaube ich mein erster Tag im Park und ich wollte unbedingt einen Elefanten sehen natürlich. Und bis zu dem Zeitpunkt, es war schon Abend und ich musste Richtung Camp aufbrechen, habe ich noch keinen Tier gesehen gehabt. Und ich habe mir dann gedacht, Gott, das ist auch so eine dichte Bewaldung. Wäre ich da überhaupt jemals einen Elefanten sehen? Ja, und so in etwa in dem Moment taucht neben der Straße ein riesengroßer Buller auf, die Sonne ging hinter ihm unter, das Tier wirkte irgendwie dadurch noch imposanter, weil es auch dunkel war, schwarz irgendwie, das Tier hat schwarz gewirkt. Und das war so dieser Moment, wo echt so Faszination, so gleich Respekt auch vor der Größe. Und das war schon ein sehr prägender Moment für mich. Welche Elefantenarten gibt es eigentlich und wie unterscheiden sie sich? Man unterscheidet heute drei Elefantenarten, und zwar da gibt es mal die afrikanischen Elefanten und da unterscheidet man eben wirklich zwei Arten, sind keine Unterarten, sondern wirklich zwei Arten, in etwa so getrennt wie ein Löwe und ein Tiger, also doch sehr unterschiedlich. Und das ist der afrikanische Savannenelefant und der afrikanische Waldelefant. Hier ist zu sagen, der Waldelefant ist etwas kleiner, die Ohren sind rundlicher, man sagt in der Umgangssprache auch Rundohrelefant dazu, die Stoßzähne sind nicht so massig wie bei den Savannenelefanten, noch etwas mehr nach unten und gerade gerichtet. Und das ist so der Hauptunterschied. Und dann gibt es noch die asiatischen Elefanten. Bei den asiatischen Elefanten gibt es Unterarten, aber asiatische Elefanten unterscheiden sich von den afrikanischen. Sie sind auch etwas kleiner und sie haben andere Ohren. Die Ohren sind viel kleiner. Tatsächlich schauen sie etwas mehr wie der Indische, also wie Indien aus, wohingegen die Ohren der afrikanischen Savannenelefanten wirklich fast die Kontur von Afrika haben, so kann man sich das ein bisschen merken. Die Rüsselspitze ist unterschiedlich. Asiatische Elefanten haben eine Rüsselspitze, vorne so einen Finger, afrikanische haben zwei und auch die Körperform ist etwas anders. Afrikanische Elefanten haben einen Sattelrücken, asiatische haben einen runden Rücken. Also da gibt es schon einige Unterschiede, anatomische Unterschiede im Körperbau auch. Wie groß sind Elefantenherden und wie leben sie? Das unterscheidet sich auch ein bisschen von Art zu Art, wie groß die Herden sind. Bei afrikanischen Savannenelefanten sagt man im Schnitt 25 Tiere und besteht immer aus miteinander verwandten Weibchen und ihren Nachkommen, ihren Jungtieren. Die sind aber stark vernetzt. Also afrikanische Savannenelefanten haben eine wirklich sehr stark vernetzte Sozialstruktur, interagieren mit anderen Familiengruppen, die auch nahverwandt sind, weil wenn die Herden zu groß wären, spalten sie sich irgendwann auf und bilden dann so eine, man nennt das Bond-Group, die sich so zwei, drei Familien, die sich aber immer wieder zusammentun, zu Gruppen, wo auch 100 Elefanten dann auf einmal zu finden sind. Ähnlich bei asiatischen Elefanten, obwohl die Gruppe größer hier etwas kleiner ist und sie sind auch mehr in ihrer Einheit. Also sie vermischen sich etwas weniger. Hier auch eben die Weibchen, nah miteinander verwandte Weibchen mit ihren Jungen. Wie funktionieren die sozialen Strukturen? Wer hat das Sagen in einer Herde? In einer Herde haben die Weibchen das Sagen, eben weil hier wirklich nur ausgewachsene Weibchen sind. Sobald die Bullen ins Teenageralter kommen, so mit 14, 15, trennen sie dich langsam von den Herden auf. Ist ein sehr graduierter Prozess. Also das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Das kann ein, zwei, drei Jahre aufdauern und dann kommen sie immer wieder zurück, gehen ein paar Tage weg. Wie bei uns im Prinzip auch bei uns Menschen. Sehr ähnlich, wenn Kinder sich abtrennen. Und in dem Fall hat eben die Matriarchin, die Leitkuh, das Sagen. Wie kommunizieren Elefanten miteinander? Das ist eine sehr komplexe Frage. Elefanten kommunizieren über ausgeklügelte Systeme und multimodal auch. Das heißt Kommunikation akustisch, dann über Gestiken auch. Also was ist eine Gestik beim Elefanten? Bei uns ist es klar, wir gestikulieren mit dem Gesicht und mit den Händen. Elefanten machen das mit den Ohren, mit dem Rüssel, mit der Körperhaltung. Die ganze Körperhaltung kann da eine Rolle spielen. Dann natürlich auch chemisch. Elefanten haben die beste Nase im Tierreich. Das bedeutet, da passiert ganz viel über Pheromone, die die Elefanten wahrnehmen bei verschiedenen Drüsen. Der Schlefendrüse zum Beispiel, aber auch bei den Genitalien wird viel aneinander gerochen. Auch seismisch. Elefanten können seismische Vibrationen wahrnehmen. Also das ganze System ist multimodal und sehr komplex. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel von einer Interaktion zwischen Elefanten geben, die Sie beobachtet haben? Ganz besonders sind Begrüßungen. Elefanten begrüßen sich eigentlich immer, wenn sie sich sehen. Sie sind eben sehr sozial und auch Herden splitten sich manchmal auf für eine gewisse Zeit, fressen ein bisschen voneinander getrennt und dann begrüßen sie sich. Und das kann verschiedene Ausmaße annehmen, je nachdem wie gut sie sich kennen oder wie lang sie getrennt waren. Aber da werden Gestiken und Laute und auch chemische Signale kombiniert. Das heißt, meistens laufen sie dann aufeinander zu, vokalisieren dann schon mal, rumbeln, dieses sehr tieffrequente Krollen, was man hört, Trompeten manchmal auch, wackeln mit den Ohren. Und wie das kombiniert wird, hat auch eine Bedeutung. Währenddessen berühren sie sich dann auch sehr viel, wenn sie beieinander sind, riechen aneinander. Und das ist eine wirkliche Zeremonie, die zuerst etwas chaotisch wirkt. Aber wir konnten jetzt feststellen, dass wirklich die Signale werden sehr bewusst kombiniert. Und je nachdem auch, schaut der Elefant auf mich, also schauen sich die Elefanten an, sind sie aufmerksam oder ist der andere abgewendet, dann wird was anderes verwendet. Dann werden Laute verwendet, ansonsten eher gestigen. Das wohl bekannteste Merkmal von Elefanten ist die Rüssel. Wozu dient er? Wie wird er eingesetzt? Der Rüssel ist wirklich ein faszinierendes Organ und wird so vielseitig eingesetzt. Einerseits ist er natürlich ein Greiforgan. Er hilft beim Fressen, beim Trinken. Also das Wasser wird über den Rüssel aufgenommen, aufgesogen, aber dann nicht durch den Rüssel weitertransportiert, sondern der Rüssel hilft dann, das Wasser ins Maul zu transportieren und dann wird es geschluckt. Dann natürlich kommunizieren sie mit dem Rüssel. Also einerseits können sie Laute erzeugen mit dem Rüssel. Das Trompeten ist ein typischer Rüssel-Laut. Aber asiatische Elefanten klopfen auch mit dem Rüssel auf dem Boden. Das hat auch Signalwirkung. Und dann verwenden sie ihn auch als Nase. Also der Rüssel ist ja verschmolzen, Nase und Oberlippe. Aber da sind natürlich ganz viele Geruchsrezeptoren drinnen und Schleimhäute, wo ja wirklich eigentlich faszinierend, wie sie die Umwelt chemisch wahrnehmen mit dem Rüssel. Also er ist Nase, Greiforgan, Kommunikationsmittel, alles in einem. Elefanten sind ja allgemein als intelligente Tiere bekannt, aber sie haben auch Gefühle, Empfinden, Freude, Trauer. Wie zeigt sich das? Das ist natürlich immer für uns Menschen schwer, in jemanden hineinzusehen. Ich kann ja selbst oft bei anderen Menschen nicht genau wissen, wie sich der fühlt. Bei Tieren ist es noch schwerer. Aber natürlich, wenn man das Verhalten sehr genau beobachtet, kann man das schon Anzeichen sehen, auch von Stress. Also wenn man Elefanten beobachtet und das Verhalten dokumentiert, wenn sie zum Beispiel bei einem verstorbenen Familienmitglied sind, dann sieht man deutliche Stressreaktionen da. Eben die Schliefendrüsen fangen zum Rinnen an. Sie verbringen einfach sehr viel Zeit dort. Sie berühren das Tier immer wieder mit dem Rüssel, aber auch mit den Beinen. Anfangs versuchen sie auch oftmals, also wenn es ganz frisch verstorben ist, das Tier wieder aufzuhelfen. Aber dann wird es bewusst und dann sind da wirklich Zeremonien, ein bisschen so Abschiedszeremonien, dass eigentlich alle von der Herde kommen, nochmal berühren, dran riechen und halt oftmals zwei, drei Tage auch noch in der Nähe bleiben. Aber bei eben bei Töchtern zum Beispiel, nahen Verwandten, sieht man wirklich diese Stressreaktionen, die dann wirklich mit dem Sekret, das bei den Temporaldrüsen austritt, ja, verbunden werden. Dass Elefanten Angst vor Mäusen haben, ist ein weit verbreiteter Mythos. Es gibt allerdings ein kleines Tier, vor dem Elefanten tatsächlich Angst haben, und zwar Bienen. Wie kommt das? Die Haut der Elefanten wirkt zwar sehr robust und man glaubt nicht, wie viel, ja, dass sie da viel spüren, aber das ist nicht so. Also Elefanten spüren jede Fliege, die sich auf ihre Haut setzt und sie wollen es gar nicht, von Bremsen gestochen zu werden zum Beispiel, oder eben von Bienen. Und in Afrika gibt es oft sehr aggressive Bienen, sogenannte Killerbienen, umgangssprachlich genannt, die wirklich aggressiv reagieren können. Und das wollen eben die Elefanten gar nicht. Auch die wollen nicht von Bienen gestochen werden, vor allem auch nicht in den sehr sensiblen Regionen, wie bei der Rüsselspitze zum Beispiel. Die Bienen scheinen das auch zu wissen, wo Elefanten sensibel sind. Und darum reagieren Elefanten schon auf das Summen dieser Bienen, indem sie ja dann meistens Reis ausnehmen. Ein Elefant vergisst nie, lautet eine Redewendung. Stimmt das? Ja, es gibt Sachen, die Elefanten wirklich nie vergessen. Also das Elefantengedächtnis ist nicht nur ein Mythos. Elefanten merken sich zum Beispiel Wanderrouten, die sie halt im Laufe, ja, wenn sie aufwachsen, wandern sie mit der Herde mit und lernen das von klein auf, wo geht man wann hin, zu welcher Jahreszeit auch, wenn eine Trockenzeit ist. Also Elefanten sind da wirklich gut, sich einzuprägen, wann finde ich wo Wasser, bei welchen Umweltbedingungen. Ist ja auch überlebenswichtig. Und man hat mit so GPS-Trackern auch gezeigt, dass die aus 50 Kilometer Entfernung schnurstracks den kürzesten Weg zum Wasserloch gehen. Also die müssen wirklich so eine Map abgespeichert haben in ihrem riesigen Gehirn, dass sie die Wege finden. Aber auch das soziale Gedächtnis ist sehr gut ausgeprägt. Wir haben jetzt in den Zoos, merkt man immer wieder, wenn man Tiere trennt und da wird halt jetzt drauf geschaut, dass man die wieder zusammenführt, wenn möglich. Und da weiß man, dass sich die nach 10, 12, 15 Jahren Trennung sofort erkennen wieder. Oder sie erkennen auch den Urin. Da hat es Experimente gegeben, dass man einfach den Urin von lang getrennten Tieren vorher zum Riechen gibt. Und da gehen deutliche Reaktionen einher. Aber das soziale Gedächtnis ist ausgeprägt und auch müssen sie sich in dieser komplexen Sozialstruktur zurechtfinden. Und man hat gezeigt, dass sie die Laute von bis zu 100 Individuen auseinanderhalten können. Haben Elefanten ein Ich-Bewusstsein und wie kann man das nachweisen? Dass Elefanten ein Ich-Bewusstsein haben, da bin ich zumindest davon überzeugt, und es hat auch Experimente gegeben. Es gibt da dieses klassische Spiegelexperiment, das sozusagen als das Experiment gilt, mit dem es im Tierreich heutzutage nachgewiesen wird. Ist immer problematisch, weil manche Tiere natürlich nicht so visuell orientiert sind, wie wir Menschen oder auch Menschenaffen. Aber ein paar Elefanten haben das Spiegelexperiment erfolgreich absolviert. Und da gibt es natürlich verschiedene Phasen, dass man mal den Spiegel einfach versichert. Und da ist wichtig, dass man einen lebensgroßen Spiegel versichert. Also das muss ein großer Spiegel sein, dass die Tiere auch mal lernen können, also was ist das überhaupt? Tiere schauen oft mal nach hinten, was ist hinter dem Spiegel, beobachten das Ganze, berühren das Ganze. Das machen auch Kinder oder eben auch Schimpansen. Und dann gibt es auch diesen Markierungstest. Das heißt, da wird eine Markierung aufgemalt, eine sichtbare und eine unsichtbare. Und dann, ja, wenn das Tier draufgreift im Spiegel und das untersucht, dann ist es eben wirklich das höchste Beweis sozusagen, dass es sich selbst erkennt. Und das ist bei ein paar Elefanten haben das gemacht, wobei man sagen muss, nicht alle, also nicht jedes Tier hat den Test bestanden, aber das ist auch bei Schimpansen so. Also ein Teil der getesteten Tiere fällt bei diesem Markierungstest auch durch. Ein paar Elefanten haben auch so selbstuntersuchendes Verhalten gezeigt, dass sie das Maul aufgemacht haben und dann wirklich die Zähne sich angeschaut haben oder das Ohr genommen haben und das so vorgebogen haben, um zu schauen, was hinter dem Ohr ist. Aber natürlich ist das ein Test, der für Menschen passt, vielleicht auch noch für Menschenaffen. Viele Tiere können wir so nicht testen, eben weil sie nicht so visuell orientiert sind. Also ich denke, dass sehr viele Tiere ein Ich-Bewusstsein haben oder gewisse Abstufungen auch. Man geht jetzt auch davon weg, dass man sagt, ja, nein, es gibt ja verschiedene Formen des Ichs, ja, das Bewusstsein, dass man ein Ich ist. Und ich denke, dass da neue Experimente, die es jetzt auch schon gibt in der Entwicklung, wo man auch einfach Verhaltensexperimente macht, eben nicht nur auf dieses Spielexperiment passieren, dass man dann auch herausfinden wird bei vielen Tierarten, dass eine Form des Ich-Bewusstseins da ist. Sie schreiben in dem Buch, dass ein Hauptproblem unserer Zeit die wachsende Elefantenpopulation in von Menschen räumlich begrenzten Schutzgebieten ist. Können Sie das näher erläutern? Ich werde oft gefragt, sind Elefanten wirklich gefährdet? Das gibt ja doch sehr viele. Manche Länder beschweren sich ja auch, dass sie nicht wissen, wohin mit ihren Elefanten. Und das ist in der Tat der Fall. Mal jetzt erst, glaube ich, in den Medien gelesen, dass Botswana Deutschland 20.000 Elefanten angeboten hat. Und da ist eben wirklich das Problem einerseits, dass der Lebensraum für diese Tiere natürlich immer kleiner wird, wie in vielen anderen Ländern das Gleiche passiert mit, ja, Wildtieren, dass wir Menschen einfach uns ausbreiten. Und zwei Arten, Mensch und Elefant, die sind zwei Arten, wo keiner wirklich nachgibt. Das heißt, da kommt es natürlich zu Konflikten. Und gerade auch in Südafrika, was ja eines der fortschrittlichsten Länder am afrikanischen Kontinent ist, ist es natürlich auch so, dass da kommen immer mehr Städte und Elefanten können nicht mehr wirklich frei wandern. Es gibt Nationalparks, die halt eingezäunt sind. Und was wichtig ist für Elefanten, ist der Austausch, die Migration, dass sie abwandern können, wenn es zu viel werden. Ansonsten können sie schon sehr destruktiv sein, weil sie fressen viel und sie zerstören dann viel. Sie können wirklich für ein Habitat, sie können Habitatsgestalter sein, wenn sie genug Platz haben, aber sie können eben auch zerstören, wenn sie auf einem kleinen Raum zu viele sind. Und diese Tendenz ist eben zunehmend in den afrikanischen, gerade in den südlich-afrikanischen Ländern. Und dann kommt hinzu natürlich, dass Elefanten sich ein Problem werden haben mit dem Klimawandel. Elefanten sind große Tiere, müssen viel fressen, müssen viel trinken. Jahrelange Dürren werden zum Problem, wie auch jetzt gerade in Kenia zum Beispiel, wo viele Tiere verenden. Dazu eben noch der Druck der Wilderer, der auch ein Problem ist. Also die Tendenz ist einfach stark abnehmend und die Tendenz spricht gegen die Elefanten. Wir haben in den letzten 50 Jahren zwei Drittel der Population verloren. Und wenn das so weitergeht und das geht sehr rasant weiter, dann wird es eben wirklich zu einem Problem. Auch wenn wir sagen müssen, es gibt natürlich viel mehr Elefanten im Vergleich zu vielen anderen stark gefährdeten Tieren, wie das Gürteltier zum Beispiel oder auch die Nashörner. Wie werden Elefanten heutzutage vom Menschen genutzt? Was für Probleme tauchen dabei auf? Elefanten, also wenn ich sagen muss, früher sind Elefanten im asiatischen Raum sehr viel als Arbeitstiere eingesetzt werden. Das ist heute zum Teil auch noch der Fall, aber auch nicht mehr so viel nötig, weil doch viel mit Maschinen gemacht werden kann. Das heißt, Elefanten im asiatischen Raum werden sehr viel für den Tourismus eingesetzt, fürs Elefantenreiten, aber auch für so in Thailand sehr viele Shows, Tanzshows oder wo die Elefanten Fußball spielen oder solche Dinge. Da ist halt die Art der Haltung wirklich nicht artgerecht und zeitgerecht und das ist ein großes Problem. Es gibt etwa ein Drittel der asiatischen Elefantenpopulation lebt in menschlicher Obhut. Das heißt, wir können das nicht einfach wegdiskutieren oder sagen, ja wollen wir nicht, weil die sind einfach da. Und da müssen wir natürlich sehr genau hinschauen und das heißt jetzt gar nicht, dass wenn man in Asien ist, dass man sich gar nicht irgendwie auf Elefanten dort einlassen kann. Es gibt sehr wohl Institutionen, die das sehr bewusst machen, die auch Ökotourismus betreiben, wo man auch mit gutem Gewissen Elefanten Sanctuaries besuchen kann. Man muss sich nur sehr genau informieren darüber, weil Sanctuary nennt man sich sehr leicht und da muss man einfach aufpassen, wo man hingeht. Also nicht Elefanten reiten, keine Selfies machen mit Tieren dort, aber mit guter Information kann man sehr wohl sehr schöne Erlebnisse auch mit Elefanten in Menschenobhut haben. Was passiert, wenn Menschen und Elefanten aufeinandertreffen? Wieso dringen Elefanten in Menschensiedlungen vor und wie schützen sich die Bewohnerinnen und Bewohner? Menschensiedlungen sind natürlich sehr verlockend für Elefanten, weil da hochqualitatives Futter ist. Also ein Feld mit, weiß nicht, Zuckerrüben ist natürlich ein Schlafenland. Und wenn auch diese Felder einfach an den, sie müssen nicht mal im Habitat sein, aber wenn die an der Grenze zum Nationalpark sind, ja, warum soll der Elefant dann nicht die Grenze überschreiten und zu dem Feld kommen oder ins Dorf gehen, wo vielleicht Reislager sind und das wird natürlich alles von den Elefanten genutzt. Oder Plantagen in welcher Form auch immer. Müllplätze, ja, auch da ist ja immer sind Früchte in den Müllsackern, auch da gehen Elefanten natürlich hin, einfach um Nahrung zu suchen, hochqualitative Nahrung. Und das ist immer problematisch. Die Menschen versuchen natürlich dann die Elefanten zu vertreiben. Manche Elefanten laufen vielleicht weg, andere greifen an und dieser Konflikt ist immer problematisch. Da sterben auf beider Seite, sterben Elefanten einerseits, die natürlich dann vielleicht vergiftet werden oder erschossen werden oder Schlingen, die ausgelegt sind, dann zu tödlich und fallen werden. Andererseits können natürlich auch die Menschen tödlich verletzt werden durch Elefanten und das ist ein großer Konflikt. Weil natürlich, wenn ich als Bauer mein Feld verteidigen muss vor einem Elefanten, das ist nicht lustig und das ist nicht einfach und das ist ja meine Lebensgrundlage. Also ich verstehe das schon, dass der Elefant das Nachbar, dass man den nicht haben will. Das klingt vielleicht für uns hier in Europa lustig, ist es aber nicht. Weil die ja natürlich jetzt auch nicht, wenn bei uns ein Wolf ein Schaf reißt, wird das ersetzt. Aber in Mosambik oder in armen Ländern ist das wirklich nicht immer der Fall und der Bauer weiß dann nicht mehr, wie er seine Familie ernähren soll und riskiert dann oft sein Leben. Und da sind halt wir Forscher gefragt, um wirklich versuchen, erstens aufklären und dann einfach Methoden zu finden, um die Elefanten wegzuhalten von den Feldern, von den Städten, von den Orten, wo halt Menschen leben. Mit welchen Mitteln versuchen Sie das denn? Das wird mit allen möglichen Mitteln versucht und das ist so ein gewisser Wettlauf irgendwie. Die Menschen überlegen sich etwas und die Elefanten kommen dann dahinter, wie sie das umgehen können. Aber Elektrozäune natürlich ist das Einfachste. Aber Elefanten haben Methoden, wie sie das umgehen. Sie tun Bäume, draufstoßen. Sie stoßen selbst Artgenossen manchmal rein. Das ist zwar ein bisschen unkollegial, aber sehr wirksam. Der Zaun ist dann kaputt und meistens ist das jetzt auch nicht so hoch eingeschaltet, dass das Tier stirbt. Sie testen aus, ist überhaupt Strom da, weil natürlich in diesen Ländern ist nicht immer Strom verfügbar oder eben ein Baum ist einfach draufgefallen, auch ohne Elefantenhilfe und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Oder es sind nur die Drähte unter Strom und dann eben die Pfosten nicht. Das wissen Sie auch, das testen Sie systematisch aus. Also E-Zäune werden sehr leicht umgangen von Elefanten. Chili ist etwas, das die sensible Nase nicht sehr gerne hat von Elefanten. Das reizt sehr stark. Da machen die Menschen so Chili-Bomben, die sie dann auf die Elefanten schleudern oder einfach Chili anbauen. Auch das wollen Elefanten nicht. Es gibt Abwehrmaßnahmen, wie dass man laute Geräusche spielt, die die Elefanten vertreiben soll. Aber alles ist immer nur bedingt wirksam, weil früher oder später gewöhnen sich die Tiere daran. Was zum Beispiel in gewissen Regionen funktioniert, sind eben Bienenzäune. Wir haben vorher gesagt, Elefanten mögen keine Bienen. Das bauen, also wenn es halt nicht so große Felder sind, werden so Zäune, wo ein Bienenstock ist, immer wieder. Und das ist dann, also mehrere Bienenstöcke sind verbunden mit so Seilen. Und wenn da die Elefanten kommen, wird das bewegt und dann schwirren die Bienen aus und greifen dann die Elefanten an. Also das ist etwas, was effektiv ist. Gleichzeitig hat der Bauer den Honig, den er verkaufen kann oder sonst Produkte, die er produzieren kann. Und das wirkt zum Teil sehr gut, ist aber nicht überall machbar. Angela Stöger, bevor wir das Interview beenden, gibt es noch etwas, das Sie uns über Elefanten mitgeben wollen? Elefanten sind große, faszinierende Tiere, die ein wirklich tolles Verhalten zeigen, die uns Menschen so ähnlich sind, gerade was ihr Sozialleben angeht, was ihre Emotionen, ihre Gefühle, ihre Empathie angeht. Gleichzeitig sind sie so anders wie wir. Ihre ganze Sensorik funktioniert anders. Sie nehmen die Welt einfach anders wahr. Und das ist etwas, was jetzt aber nicht nur bei Elefanten ist. Ich denke, das können wir mitnehmen zu vielen, vielen anderen Tieren. Tiere nehmen die Umwelt anders wahr als wir Menschen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen bedenken, dass unsere Aktivitäten Auswirkungen haben auf Tiere. Und da ist eben die Forschung ganz wichtig, die uns erklärt, wie Tiere die Welt wahrnehmen, wie sie denken, wie sie funktionieren. Und ja, wir sollten einfach offen sein dafür, für andere Kommunikationsformen, für andere Lebensformen und bedenken, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen einschränken müssen in unseren Aktivitäten. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Dr. Angela Stöger. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner, bis zum nächsten Mal.